Willkommen Freunde zu den YouTube News. Heute sprechen wir unter anderem über YouTube Red. Welche Features sind da integriert? Wann startet das Ganze in den USA? Und wir sprechen über mein zukünftiges Weihnachtsgeschenk. Ein Handy, designt von der Telekom und mit der YouTuberin BibisBeautyPalace. Das kann nur schön werden. Das werde ich mir auf jeden Fall zu Weihnachten dann gönnen oder schenken lassen. Und ich würde sagen, wir gehen dann mal zum Intro und dann kommen die sehr interessanten News. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sprechen heute über YouTube Red. Jetzt fragt ihr euch, was ist denn YouTube Red überhaupt? Das ist ein Thema, über das ich in der letzten Zeit schon öfters gesprochen habe. Einmal in einer YouTube News und zwar YouTube Red ist jetzt die Bezeichnung für dieses kostenpflichtige Abo-Modell bei YouTube. Und ich habe auch mit dem guten Major letztens hier auf der Couch schon mal über Bild.de, über Adblocker, Werbeblocker und auch über diesen werbefreien Abo-Dienst gesprochen. Und jetzt hat das Ganze halt mit YouTube Red einen Namen bekommen. Okay, ich muss jetzt sagen, YouTube Red ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung, weil man assoziiert das dann doch mit etwas anderem, wenn ihr jetzt wisst, was ich meine. Na gut, auf jeden Fall wollte ich jetzt heute nochmal über das Thema sprechen, denn jetzt weiß man mehr oder weniger, was es für Features gibt, geben wird und wann das Ganze startet. Denn das Ganze startet schon am 28.10. vorerst, allerdings erstmal in den USA, wie es mit anderen Ländern aussieht, wann die dann folgen, das weiß man noch nicht. Beziehungsweise die Verantwortlichen wissen das wahrscheinlich schon, aber es gibt dazu noch keine Informationen. Ja, mit YouTube Red kann man erstmal werbefrei auf YouTube herum surfen und man kann auch Videos offline gucken. Das heißt, Videos kann man dann speichern und zu einem späteren Zeitpunkt offline schauen. Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Das musste ich natürlich dann mal zeigen, wie das wirklich ist, ob es gut funktioniert. Und dann gibt es auch die endgültige Version von YouTube Music Key. Das ist dann, beziehungsweise es gibt dann YouTube Music und das ist dann irgendwie wohl die endgültige Version von YouTube Music Key. Das ist ähnlich wie Spotify oder zum Beispiel auch Apple Music und Co. und so weiter. Da könnt ihr halt Musik streamen. Damit könnt ihr dann auch Musik offline speichern und dann halt offline euch anhören. Das sind alles coole Features auf jeden Fall. Aber das Besondere an YouTube Red ist, dass ihr als zahlende Abonnenten quasi Original Content bekommt. Also ihr bekommt dann exklusive Inhalte, die die anderen Leute nicht zu sehen bekommen. Und zwar ist es so, also ihr müsst ja 9 Euro, beziehungsweise 9,99 Dollar bezahlen. Das habe ich, glaube ich, eben gar nicht gesagt. Also YouTube Red kostet in Amerika dann erstmal 9,99 Dollar im Monat. So, exklusiver Inhalt für zahlende Abonnenten. Das heißt, ihr bekommt dann Original Shows und auch Originale, also Original Series zum Beispiel. Also Serien, originale Serien. Zum Beispiel wie bei Amazon Prime oder bei Netflix. Nur, wenn ihr dann wirklich das Abo für YouTube Red abgeschlossen habt. Und zwar gehören dazu zum Beispiel auch PewDiePie und die Fine Brothers. Denn PewDiePie wird ja eine eigene Show bekommen. Und das Ganze wird dann wirklich auf YouTube Red exklusiv laufen. Er wird mit seinem MCN, also mit dem Multi-Channel Network Maker Studios, da hängt, glaube ich, auch noch irgendwie Disney hinter. Und dem Produzenten von The Walking Dead Skybound Entertainment eine Reality-Adventure-Serie machen. Die nennt sich Scare PewDiePie und darin wird er sich selbst spielen. Und er wird Schrecksituationen überleben müssen. Er wird spannende Abenteuer erleben. Und das bekommt er dann wirklich exklusiv. Und dann auch noch weitere Shows, was es da alles geben wird. Das weiß man noch nicht. Das soll alles im nächsten Jahr dann starten. Hört sich aber gar nicht so schlecht an. Hört sich eigentlich relativ intelligent an. Ob sich diese ganzen Features, diese exklusiven Inhalte dann wirklich lohnen. Also die 9,99 Dollar. Das muss man natürlich dann herausfinden. Aber ich finde insgesamt, das ist eine ganz gute Idee. Ich bin mal gespannt und ich hoffe, dass es dann auch irgendwann mal nach Deutschland kommt. Und man sich das dann hier mal angucken kann. Wie gesagt, das ist ja nicht gezwungen. Man kann sich ja dann selber entscheiden, ob man halt diesen Betrag x dann bezahlen möchte oder nicht. Ja, eure Meinung natürlich gerne mal unterhalb des Videos in die Kommentare. Und wir gehen zur nächsten und zur letzten News. Ja, da fällt mir nichts mehr zu ein. Aber ich thematisiere das Ganze dann doch mal sehr gerne und vielleicht ein bisschen ironisch. Okay, jetzt kommt die wahrscheinlich interessanteste News, über die ich je gesprochen habe. Oh Gott, ich wusste nicht, dass ich überhaupt mal irgendwann über die YouTuberin Bibi beziehungsweise Bibi's Beauty Palace sprechen werde. Aber hiermit habe ich es dann doch schon getan. Und zwar hat die Telekom eine Kooperation mit Bibi beziehungsweise mit Bianca Heinicke gestartet. So heißt sie ja im bürgerlichen Leben. Auch sie hat ein bürgerliches Leben. Und gemeinsam mit der Telekom wird halt ein Handy, ein Smartphone im Stil der YouTuberin erscheinen. Die ersten haben sich jetzt schon wieder mit der Hand gegen die Stirn geschlagen. Und das habe ich eben auch gemacht, als ich es gesehen habe. Beziehungsweise das ist ja schon ein paar Tage älter. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Denn wenn ich euch jetzt vorlese, was denn überhaupt in diesem Handy steckt und wie es von außen aussieht, dann wollt ihr euch so ein Handy ganz sicher auch kaufen. Und wir beginnen einfach mal. Es ist eine Special Edition. Es ist jetzt kein neues Handy, sondern eine Special Edition des Sony Xperia M4 Aqua. Und zwar gibt es da einige Features da drin, einige Design-Veränderungen, Design-Änderungen. Und zwar ist das Smartphone in weiß gehalten. Und es gibt auf der Rückseite einmal ein Foto. Passt auf, ein Foto von Bibi und dazu noch eine Unterschrift. Nein, es gibt natürlich noch viel mehr. Auf dem Handy ist exklusives Bildmaterial von Bibi, inklusive eines Willkommens-Videos. Das muss ich auf jeden Fall haben, das Handy. Das ist eine tolle Sache. Aber es geht natürlich noch weiter. Es gibt Benachrichtigungstöne für Chat-Nachrichten und für den coolen Wecker-Sound, das irgendwie dann alles vertont von Bibi. Höchstpersönlich natürlich. Das sind tolle Sachen. Und was ist denn überhaupt in dem Handy drin? Boah, ihr seht, ich bin total aus dem Häuschen. In dem Handy ist eine 13-Megapixel-Kamera. Ihr habt 8 GB Speicherplatz. Und das Handy erscheint schon am 26. Oktober 2015 für einen super YouTuber-Vorzugs-Fan-Preis in Höhe von 249 Euro. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Ich werde mir das Handy auf jeden Fall auch kaufen, beziehungsweise ich hoffe natürlich, ich bekomme das dann zu Weihnachten. Und an dieser Stelle mal die Frage an euch. Was haltet ihr denn von solchen Sachen? Wenn YouTuber auf einmal YouTube-Filme, beziehungsweise richtige Kinofilme machen, wenn sie dann ein eigenes Smartphone designen, wenn sie vielleicht sogar Computerspiele entwickeln, das kann man vielleicht nicht so gut miteinander vergleichen. Aber ja, was haltet ihr denn allgemein von solchen Sachen oder halt gerade von dieser News? Ich muss ja sagen, das finde ich ein bisschen übertrieben. Ein Handy, wo dann wirklich ein Foto von mir selbst drauf ist. Wobei, würdet ihr euch das kaufen, wenn ich da drauf wäre? Das wäre natürlich schon wieder was anderes. Ja, eure Meinung natürlich gerne unterhalb des Videos in die Kommentare. Und ich würde dann sagen, wir gehen mal zur Abmoderation. Ich werde wahrscheinlich dafür in die Hölle kommen, dass ich jetzt das erste Mal über Baby's Beauty Palace gesprochen habe. Aber mittlerweile habe ich auch schon über Kartoffelsalat und über die Lochis gesprochen. Also ist es gar nicht so schlimm. Wie gesagt, eure Meinung gerne unterhalb des Videos in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Restsonntag. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Vielleicht ja auch am Mittwoch um 20 Uhr bei Science of Gaming. Euch noch einen schönen Tag und bis dann.